Heute möchte ich mit Ihnen einen Hügel auf der Insel der Rhetorik erklimmen. Es wird anstrengend, aber wenn wir unser Ziel erreicht haben, dann wartet eine Überraschung auf Sie. Haben Sie es gemerkt? Ich habe Ihnen eben in einem Satz meine Absicht und meine Botschaft für den Tag genannt. Ich möchte gemeinsam mit Ihnen eine längere Strecke zu einem Hügel überwinden. Das ist meine Absicht. Und ich habe auch meine Begeisterung für das Ende unserer Tagesetappe ausgedrückt. Die Anstrengung lohnt sich. Ich habe eine Überraschung für Sie. Das ist meine Botschaft. Ich habe eine Überraschung für Sie. Und werden Sie jetzt vielleicht fragen, wohin gehen wir? Gute Frage, denn es fehlt noch das Ziel, damit Sie entscheiden können, ob Sie auf diese Etappe mitkommen wollen. Oder nicht? Wir fahren zunächst mit dem Land Rover an den Ausgang des Tals. Dort rasten wir in einem urigen Landgasthof, fahren dann mit dem Mountainbike über den Hügel, genießen dort die traumhafte Aussicht, stellen die Bikes ab und gehen einen schmalen Pfad zu einem wunderschönen glasklaren See. Der See ist also das Ziel. Ich habe Ihnen auch die Zwischenziele genannt. Gesagt, welche Fahrzeuge wir nutzen, welche Wege und Straßen wir nehmen, wo wir anhalten, um zu rasten, und wo wir die eine oder andere Sehenswürdigkeit sehen können. Ziele richten sich an den Verstand, nicht nur bei Expeditionen, sondern auch bei Vorträgen. Ziele beschreiben die Fakten. Die Zielformulierung für einen Vortrag soll rational nachvollziehbar sein. Hier geht es nicht um Visionen, Träume oder emotionale Botschaften, sondern um punktgenaue und nachvollziehbare Fakten. Absicht, Botschaft und Ziel sind die Säulen eines Vortrags. Diese Säulen unterscheiden sich und sie sind dennoch gemeinsam für die Stabilität des Bauwerks Rede verantwortlich. Drei Beispiele. Beispiel eins, ich rede über ein Flüchtlingslager. Meine Absicht ist es, ich möchte Aufmerksamkeit erwecken für die miserablen Verhältnisse in diesem Lager. Dann lautet meine Botschaft, Flüchtlinge haben menschenwürdige Verhältnisse verdient. In den Zielen formuliere ich jetzt, was genau ich an den Verhältnissen kritisiere. Kein sauberes Wasser, für tausend Menschen gibt es drei Toiletten, sechs Personen leben in einem Zelt mit zehn Quadratmetern Wohnfläche zusammen. Alles nachvollziehbare Fakten. Dann zeige ich auf, wie es meiner Meinung nach sein sollte. Beispiel zwei, ich präsentiere die aktuellen Geschäftszahlen. Meine Absicht, ich möchte, dass alle die Situation einordnen können. Meine Botschaft könnte dann lauten, entweder die Zahlen sind in Ordnung oder wir müssen noch etwas tun. Je nachdem, was das Publikum empfinden soll. Als Ziel erwähle ich dann die genaue Kostensituation, den Umsatz, das erwartete EBIT und so weiter. Drittes Beispiel. Ich rede über ein Sozialprojekt, das mir am Herzen liegt. Meine Absicht ist, ich möchte mein Publikum gewinnen für eine Spende an dieses Projekt. Meine Botschaft heißt, die haben es verdient. In den Zielen formuliere ich dann, was die Organisation konkret macht. Sie helfen benachteiligten Kindern beim Lernen, indem sie jedem Kind einen ehrenamtlichen Lerncoach an die Seite stellen. Durch ihre Arbeit haben sie 2019 sieben Kindern geholfen, den Hauptschulabschluss zu erwerben. Abschicht, Botschaft und Ziel sind die Pfeile eines Vortrags. Sie gehören zusammen. Wir tun gut daran, sie zu kennen, bevor wir einen Vortrag entwickeln. Denn sie sind die Basis einer schlüssigen Argumentation. Um auf unseren Ausflug zurückzukommen. Sind Sie dabei? Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020